Das war noch ein Stück von Bob Dylan, das älteste Stück im Programm, so vom Alter wie es ist, das ist 150 Jahre, dann das hören wir auch, vom Inhalt her passen, wenn man genau zuhören, dann werden Sie es mehr hören, dass der Stefan so alles singt, also sehr fragwürdig. Musik 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 Musik